Warnung! Die Qualität des Videos der Hinrunde meines Gegners Zepter ist dermaßen miserabel, dass ich Ihnen, wenn Sie die eben genannte Runde gucken, natürlich nur um meine Konter nachzuvollziehen, ausdrücklich rate, Ihre Augen zu schließen, beziehungsweise etwas anderes anzublicken. Dazu hinzuzufügen ist, dass die Epilepsie-Warnung am Anfang lediglich ein Ablenkungsmanöver seitens Zepter darstellt, damit niemand merkt, wie beschissen dein Video ist! Geschickt eingefädelt, aber selbst Epileptiker würden sich für dein Video schämen. Direkt in der Hinrunde mit meinem Beat gekontert und denkst du, mit deiner lieferst du keine miese Fronts ab? Denn auf meinem Beat gehst du unter, wie das römische Reich und in den folgenden Patsch beweist, wie das geiler Flow hier möglich erscheint. Ey, das ist wirklich gemein, dass du mich tödlich verletzen willst, doch bei deinen Texte komm ich dich drauf und du öl, wie ihr kriegt denn willst. Du musst deine Freunde enttäuschen, du kriegst mich nicht klein wie mein Pimmel, dass die Chatfacts sind, soll nicht wichtig sein. Meine Stärke sind Pantains und deine, ähm, Zepter heißen. Bin doch schon am Tod, zerbreche dich und kann noch besser reimen. Sag dich, werf mit Federn und redet nur über meine Haare. Mütze ist nur Image, man, die Haare kurz, sei gelackt. Dein Flow klingt nicht gut, alter, schrei nicht so. Trotz ein paar Zweckreim hatte ich das bessere Reimniveau. Dein Moor war lustig und ich bin keine Rode-Diva. Wäre das eBay und die Etsy-Produkte, dann bist du wohl geliefert. Hehehehe. Demo, zerreiß dich auch ohne Features. Niemand mag dich, doch du nutzt krass bei Iga. Dein Level in WoW ist höher und dein Gena, davon mich treffen wird stetig öder. Demo, zerreiß dich auch ohne Features. Niemand mag dich, doch du nutzt krass bei Iga. Zepter benötigt mich, weil ich in meinen Runden Leute hab und er alles alleine machen muss und keine Freude hat. Deine schlechte Runde kommt mir sehr gelegen und dieser Konter ist, als würde ich dich in sehr gelegen. Auch dein Gesicht spricht hier Bände. Zepter will mich sich betteln. Er wird sich sehr richtig blenden, denn ich gewinne hier mit Recht. Und dein Video sah aus wie gedreht mit der Handycam. Vorsicht, denn du bist ein armes Schwein, so wie Ken, nie mehr komme ich. Auch die Sonnenbrille trage ich zum Schutz meiner Augen, ob ich sie trage oder nicht. Juck keinen, glaub ich. Ich bin kein Koch, eher Kellner, denn du wirst bedient. Redest vom Kochen und nimmst in Dasu-Beat. Ironie. Es wurde von allem gedisst und Freundschaft ist ein Fremdwort hier. Deine Entschuldigungen finde ich schlecht von. Who das Zepter jetzt raus ist, muss mein Gesicht bei deinen Runden verziehen. Ich könnte deine Brauen besser gebrauchen. Schwulen, nein, sind sinnlos und die Billigste bringst du am Ende. Neben dir wird Obe, nixst du in Patrick, Schlau und Lukas, Gameballer. Deine fiktiven Sieg-Koins ist zu Tage gelabern. Doch ich gewinn mit vielen Punkten Abstand, als würd ich Masern haben. Demo. Verreiß dich auch ohne Features. Niemand mag dich, doch du Lutschkratz bei IGA. Dein Level in die OV ist höher und dein Gelaber von mich treffen wird stetig öler. Verreiß dich auch ohne Features. Niemand mag dich, doch du Lutschkratz bei IGA. Dein Level in die OV nicht, weil ich in meinen Runden Leute hab. Und er alles alleine machen muss und keine Freunde hat. Mit behinderten Kellern willst du bald Punch-Eins was erreichen? Ich sag, du bist der Oberspaß. Du kannst mir nicht das Wasser reichen. Du kannst mir nicht das Wasser reichen. Du kannst dir nicht das Wasser reichen. Sonst nice Oh, du kannst mir nicht das Wasser reichen. Untertitelung des ZDF, 2020